Ihr im Stars Chat wisst es wahrscheinlich, Jonas ist derartig schnell online, also Hut ab, ganz schön flink. Sind sie denn auch lieb zu dir da im Stars Chat? Ja, alle total, achso ja, Mikro, alle total nett. Ja? Wir schauen uns jetzt den Video an zu deinem ersten Song, I got it bad for you. Wo ist der gedreht worden, der Clip? Ja, in Kapstadt, Südafrika. Ist noch gar nicht so lange her, ne? Ne, vier Monate, dreieinhalb Wochen so ungefähr. War es schön oder anstrengend? Beides, also es war anstrengend, aber hat total viel Spaß gemacht. Weil also Kapstadt ist eher super, also das Wetter war super, im Gegensatz zu hier. Ja, es wird so langsam, ne? Aber hat total viel Spaß gemacht. Klasse. Wir haben mit am Strand gedreht, halt auch in so einer alten Fabrikhalle, aber am Strand, das hat total viel Spaß gemacht. Und diesen Spaß, den werden wir jetzt wahrscheinlich in diesem Clip auch wieder nachempfinden können. Hier ist Jonas mit I got it bad for you. Viel Spaß dabei. Also mit I got it bad for you. tier frei. Vielen Dank.